Hallo und herzlich willkommen zu einem Scenery Check für den Microsoft Flugsimulator 2020. Jetzt ist zwar schon der 2024er angekündigt, nichtsdestotrotz brauche ich noch die ein oder andere Scenery. Offiziell heißt es ja, dass sämtliche Payware Sceneries auch im neuen Flugsimulator unterstützt werden. Und das hoffe ich einfach mal, denn ansonsten wäre das wirklich ärgerlich. Nichtsdestotrotz geht es heute um Naples Neapel in Italien. Das ist glaube ich so ein typischer Flughafen, der wieder sehr von einer Premium Scenery profitieren wird. Umgesetzt von RD Presence oder RDP. Und ja, der Flughafen hat typisch italienisch natürlich Flair und Design, so wie sich das gehört. Sieht alles irgendwie ganz cool aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Flugsimulator das nativ so hinbekommt. Aber schaut euch einfach mal die Umgebung hier an. Absolut klasse. So ein bisschen vernünftig scrollen. So. Und wir gehen mal durch die Bilder. Dieser ganze Eingangsbereich, der wird glaube ich, ja, sehr profitieren durch die Premium Scenery. Da gehe ich mal von aus. Geschwungene Dächer. Der Tower. Ja, das sieht hier alles okay aus. Ich will mal sagen, der Preis mal wieder zu hoch. Das weiß ich jetzt schon. 20 Euro. Nee, das kann gar nicht passen. Aber wir gucken mal. Ich will nicht voreingenommen sein. Aber 20 Euro sind eine Menge Geld. Das sieht natürlich klasse aus hier. Auch mit den ganzen Funkantennen. Sehr, sehr, sehr cool. Hintergrund. Und ja, das ist natürlich nichts, was man den Scenery-Makern hier so ein bisschen mit zugrunde halten kann. Aber es ist natürlich ein toller Airport. Und wenn man dann in einem tollen Airport landet, in einer schönen Gegend, ist es dann doppelt so schön. So hier die Hallen. Das hier alles so ein bisschen in sich geschwungen. Das sieht echt klasse aus. Sixt hat ordentlich Geld ausgegeben. Bei Nacht scheint das gut auch beleuchtet. Faravelle. Nee, Favai. Ist ja auch egal. Italian Spark. Ich dachte, das wäre San Pellegrino. Ja, hier auch mal eine schöne Perspektive. Sieht schon toll aus. Ich bin gespannt. Cool. Also hier, da freue ich mich drauf. Das ist wirklich schön. Und ich würde vorschlagen, wir machen es wie immer. Aber ausnahmsweise zeige ich vorher mal, wie es aussieht ohne Premium Scenery. Und danach gehen wir in das Kaufprodukt Naples Italy von Adi Presents. Reingeladen in den Standard Simulator. Und das ist, ich habe es gerade schon gesagt, ich sage es nochmal. Das hier ist das perfekte Beispiel, für welche Orte man sich Premium Scenery kaufen sollte. Ich ignoriere mal den Flughafen für den Moment. Guckt euch nur mal die Gegend an. Wir haben Wasser, wir haben Berge, wir haben Natur, wir haben Landschaft. Und obwohl das hier nicht das freundlichste Wetter gerade ist, ist das einfach nur mega. Hier anzufliegen, 10 von 10. Und dann ist so ein Airport, wie er hier zu sehen ist, einfach schade. Das ist nicht schlimm, aber es passt dann einfach nicht hier rein. Und schade ist auch der Preis von 20 Euro, aber ich lasse mich gerne überrascht. Vielleicht ist das alles sehr im Detail auskonstruiert. Der Flughafen, wie ich es erwartet hatte. Und da geht es dann eben auch schon los. Er hat eine Runway. Wir haben hier, ich gehe mal wieder stark davon aus, diesen Military Bereich oder GA Bereich. Das ist nicht ganz zu erkennen. Zumindest für mich jetzt nicht ganz eindeutig zu erkennen, was das ist. Ich gehe davon aus, mal wieder Military und ich schwenke einfach mal so ein bisschen rüber. Der Hintergrund, mega. Wieso rückelt das jetzt so? Merkwürdig. Und der Airport selber. Ja, wir haben ja die Bilder gerade gesehen. Klar, das Geschwungene hier, das hat er abgebildet. Die ganzen Jetways allerdings nicht. Wie soll er das auch machen? Die sind hier von GSX eingefügt, würde ich vermuten. Und der ganze Rest ist eher schade. Der Eingangsbereich, den ich gerade noch auf den Bildern so gelobt habe, der ist schon zu erkennen. Durch die Straßen hier. Cool finde ich natürlich, dass jetzt hier Autos fahren. Ich hoffe, dass das nicht verschwindet, sobald wir die Premium-Szenerie laden. Das finde ich immer ganz schön. Das ist in München zum Beispiel auch sehr cool. Und ja, ansonsten ist das ein ganz normaler Standard-Airport in einer wunderschönen Ecke. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ohne, dass ich jetzt hier länger drauf eingehe, machen wir mal das Bild genau so. So, den Tower ruhig noch mit drauf. So ungefähr stelle ich mir das vor. Ich mache einen Cut, installiere das Ganze. Wir sehen uns gleich. Und ganz genau das habe ich gemeint. Es könnte eigentlich nicht besser sein. Und während hier noch der Traffic injected wird, so muss ein Flughafen aussehen. Die Gegendklasse der Flughafenklasse. Ich finde es richtig gut. Und ja, 20 Euro, wir gucken uns das an, aber prinzipiell mit Premium-Szenerie, ob gleich jetzt von irgendwo anders oder günstiger oder wie auch immer, muss schon sein. Muss schon sein. Okay. Also, gucken wir mal etwas rum. Hier ist aber wirklich eine ganze Menge los. Das Wetter ist auch etwas besser. Das ist natürlich jetzt dann alles etwas subjektiv. Nichtsdestotrotz. Ich fange mal hier beim Tower an. Da gucke ich immer ganz gerne mal rein, ob der vielleicht ein Interieur hat, auch wenn es natürlich eigentlich egal ist. Ist aber so für Watz im Video immer ganz schön. So hat er nicht, macht nichts, sieht aber gut aus. Ist beschriftet. Perfekt. Dann hier lang. Es sieht alles richtig gut aus. Die Details hier sind richtig vernünftig. Da ist so ein bisschen Baustelle hinten drin. Hier stehen Busse. Ich weiß immer nicht, warum die alle so kreuz und quer parken, aber das scheint so ein Ding zu sein auf Flughäfen. Und hier ist dann das entsprechende Hauptgebäude. 8, 9, 10, 11, 12. Alles durchnummeriert fürs Busboarding. Hier sind die. Was ist das für ein Geräusch? Merkwürdig. Also hier sind die Fahrzeuge. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Dann sind das hier gar keine richtigen Jetways, sondern nur solche Ausstiegsmöglichkeiten wahrscheinlich für die Passagiere. Ja, da stehen auch die Leitern rum. Das ist natürlich spannend. Okay, hier auch schön gemacht mit den Einfahr- und Ausfahrbereichen. Sehr cool. So, Parkhaus. Komplett durchmodelliert. Hier dann entsprechend. Vor dem Hintergrund macht das so viel her. Hier auch. Hier steht eine Menge rum. Also es ist eine Menge los. Da will ich definitiv nicht unzufrieden sein. Das hier ist alles echt in Ordnung. Bodentexturen. Sehen schön aus. Ich weiß, es gibt immer so die Frage, was ist mit diesen Platten? Ich war jetzt ja noch nicht da. Die Taxiways sehen super aus. Die Beschriftungen beidseitig. Hier ist eine Menge auf dem Boden los. Fast ein bisschen zu sauber für mich der Flughafen. Aber ansonsten wirklich richtig so, Jungs. Und nun? Aha. Hier kriegt das hin. Die Runway. Hier mit dem Ohrbereich. Oh, die hier sind jetzt so Offsits. Da könnte man hier, finde ich, wenn so in der Touchdown-Zone immer noch ein bisschen mehr Reifenabrieb ist, finde ich das immer noch ein bisschen realistischer. Da hinten die Berge. Das macht natürlich richtig ordentlich was her. Da ist eine Blast-Zone, wo man mal einen Triebwerkstest machen kann. Echt richtig, richtig cool. So, es sieht so aus, als wäre das hier auch alles noch Teil der Szenerie. Das war, habe ich vorhin nicht so detailliert wahrgenommen. Ne, das ist definitiv nachbearbeitet. Weiß nicht genau, was das hier ist. Aha. Sieht aber ganz cool aus. Noch mal ein Parkhaus. Doch, doch, doch. Das macht schon was her. So, hier drüben. Ich hatte es als Military dargestellt. Das ist jetzt unter den Prämissen natürlich Quatsch. Ich gehe mal davon aus, das ist hier schon so ein ganz bisschen Learjet, Privatjet-Geschichte. Hier gibt es einen Kreisverkehr auf dem Flughafen. Sieht man auch nicht so oft. Noch eine Blast-Zone. Ja, hier unter dem Hintergrund wieder. Das macht natürlich echt was her. Hier ist dann eine Wartungshalle. Super, klasse. Hier steht zumindest ein Hubschrauber. Aber so eine richtige Military Zone ist das definitiv nicht. Also da habe ich mich geirrt. Das sind hier irgendwelche Wirtschaftsgebäude dann entsprechend für den Flughafen. So, Terminal nochmal. Etwas detaillierter. Inneninterieur habe ich jetzt nicht gesehen. Was mich als erstes jetzt mal interessieren würde, wäre dieser Vorbereich. Hier sind die Autos gefahren. Die fahren jetzt hier leider nicht mehr so, wie es aussieht. Das ist mir schon einige Male aufgefallen, dass diese kleinen animierten Fahrzeuge dann in den Szenarien nicht fahren. Aber das sieht natürlich echt klasse aus. Also, Hut ab. Cool. Ich schätze mal, es ist nicht ganz günstig, hier zu parken. Aber gut. So, Gebäude. Da gehe ich jetzt nicht von irgendeiner Interieurmodellierung aus. Nee, das ist komplett clean. Schade. Bei dem Preis hätte ich das eigentlich erwartet. Insbesondere, weil man wenig Terminals zur Auswahl hat. Also, es ist ja nicht so, wie wir in München, dass da durchaus, oder Zürich. Die haben auch um die 20 Euro gekostet, dass man da einen Haufen Gebäude hat. Sondern es beschränkt sich hier eigentlich auf dieses Hauptgebäude. Wo war jetzt eigentlich dieses andere Gebäude mit diesem geschwungenen Dach? Was habe ich jetzt irgendwie? Ach, da. Okay. Wie kommt man hier hin? Mit dem Flugzeug gar nicht. Das ist also irgendwas anderes. Na gut. Ja, also ein bisschen Airside. Das hätte mir schon gefallen. Insbesondere, weil sich das durch diese Glasfronten natürlich total anbietet, dass man da zumindest so ein bisschen gespielt reinguckt. Das hätte ich schon gut gefunden. Insbesondere bei dem Preis. Ich bleibe dabei. Es zieht sich heute durch. Aber bei 20 Euro muss man sich einfach auch ein bisschen Anspruch dann gefallen lassen, meine ich. Und das ist wirklich, ja, eine absolut coole Geschichte hier. Gut. Mal eben den Nightcheck machen. Spannenderweise ist das jetzt hier so ein bisschen beleuchtet in dargestellt. Das haben sie also gemacht. Immerhin. Aber da erkennt man nichts. Das ist wirklich nur so. Nee. Das ist nur so. Schön, schöne Atmosphäre. Dann hier die einzelnen Rollfelder wieder komplett. Taxiways komplett unbeleuchtet. Hier vorne ist ein bisschen beleuchtet. Ich glaube, dass diese Flughäfen in Summe einfach mehr Beleuchtung haben als das, was man hier sieht. Stehen die wirklich hier komplett im Dunkeln? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Wohl auch hier mit dem Traffic, der jetzt hier reinkommt. Also es ist ein wirklich schöner Flughafen. Ich bin eigentlich mit der Umsetzung zufrieden. Die Frames sind dafür, dass hier 20 FSLTL Flugzeuge sind mit über 80 Frames zum Teil noch in Ordnung. Aber 20 Euro finde ich zu viel. 20 Euro finde ich zu viel. Es ist mit der Szenerie, mit dem Anflug hier, das muss ganz fantastisch sein, hier zu starten und zu landen. Deswegen freue ich mich jetzt auch darüber, dass ich doch so viel Gutes, so viel Schönes bekommen habe. In meinen Augen ist das einfach alles ein bisschen zu viel. Der Flugsimulator selber kostet, keine Ahnung, 60 und dann kostet dieses Stückchen hier 20. Ah, nee. Nee, nee. Ich werde die Entwickler nicht überzeugen, aber das darf eigentlich 15 Euro kosten und dann bin ich zufrieden. 12,99 Euro und es wäre ein echter Schnapper. Aber gut, Reise lasse ich mal außen vor. Das, was man bekommt, sieht wirklich toll aus. Es gibt auf flightzim.de ein GSX-Profil, welches man sich kostenlos runterladen kann. Das habe ich noch nicht probiert, aber installiert. Von daher muss ich sagen, hat man alles hier, was man braucht. Tolle Szenerie, einen tollen Flughafen, eine Urlaubsregion ist es auch noch. Also, ich werde hierher fliegen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr es fandet, beziehungsweise findet. Weil, wie ihr das Video fandet, könnt ihr mir schreiben. Wie ihr den Flughafen findet, könnt ihr mir schreiben. Ob ihr selber schon mal hierher geflogen seid, in real life oder im Flugsimulator. Ich freue mich drauf. Und wir sehen uns in einem nächsten Scenery-Check. Bis dahin, fly safe, always happy landings. Macht's gut, bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020